Was mir besonders gut an dem Konzept von Eva gefällt, ist, dass die Eltern oder die Erwachsenen den Kindern und Jugendlichen so eine Karte einfach aufladen können. Dann haben die da ein gewisses Guthaben drauf. Die haben kein Bargeld, womit die rumlaufen können. Und wenn sie dann aus dem Schwimmbad kommen und haben jetzt Lust auf ein Teilchen beim Bäcker oder Pommes oder vielleicht auch ein Eis, einfach hingehen, können die damit bezahlen und gut ist. Mein Name ist Ulrich Gesmarkers, ich betreibe den Willicher Eishimmel. Seit 2012 haben wir hier das Ladenlokal übernommen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wirklich natürlich zu produzieren, ohne Aroma, ohne Zusatzstoffe, ohne diese halbfertigen Produkte, die so eigentlich überall verwendet werden. Wir haben unsere Produktpalette erweitert mit Germknödeln, Pfannkuchen, Milchreis mit verschiedenen Kompottsorten und diverse andere Sachen, die ich aber noch nicht verraten wollte. Willicher Eishimmel, wir sind dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017